Hallöchen, zum Gamescom Vlog. Nun, es ist die Gamescom und der Videoday, die sind jetzt schon eine Weile her, so über ein halbes Jahr. Aber, ich kann es nicht ändern, dass die Zeit so schnell verrinnt. Ich hätte nur den Vlog etwas eher machen können. Aber, wer von euch hat damit gerechnet, dass das hier kommt? Hm? Niemand. Wer rechnet denn jetzt mit einem Gamescom Vlog? Nun, ja, dann. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich entschuldige mich, dass das jetzt erst kommt. Und ich sage, viel Spaß. Ho, ho. Ja, ich habe es geschafft. Endlich. Willkommen bei der Gamescom 2012. Unter anderem auch mit diesem Spiel, Crysis 3. Und noch vielen anderen. Unter anderem da hinten hängen auch Posts von Call of Duty Black Ops 2. Und ich habe schon ganz viele andere Werbungen gesehen. Und, ja, so. Ich bin jetzt angekommen. Ich werde jetzt drehen. Hoffe ich mal. Eine ganze Menge. Und, ja, ich freue mich drauf. Ich nehme euch mit. Und, ähm, weiß nicht, vielleicht treffe ich ja auch irgendwelche Leute hier. Es gibt so ein paar Leute, die würde ich gerne treffen. Aber heute ist erst Samstag. Morgen ist noch der Videoday. Und, ja. Ich habe also viel Zeit. Es ist jetzt 13.58 Uhr. 14 Uhr wollte ich an der Messe sein. Oder an der Messe. Und, ja, jetzt sind es sechs Stunden bis Messeschluss. Also sechs Stunden werde ich jetzt noch hier sein. Wahrscheinlich. Gut, dann. Ciao. Schauen wir uns mal um. Gut, dann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe mir einen Platz bei SimCity reserviert. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt einlöse. Mal schauen. Oh, da sehe ich sie ja. Guck, guck. Ach, unglaublich. Wow, das ist Octavius 145, oh mein Gott. Wer bist du? Ich, ich, ich will niemanden kennen. Superslayer 330. Warte mal. Irgendwo habe ich den zum Uruguay für Maus. Ja, der ist irgendwo in meiner Abo-Liste. Ja, irgendwo. Hey, ich will ihn verboten. Alter. Ach, ist geklemmt. Ich will ihn verboten. Und was sagt der dazu? Ja, ich gehöre nicht dazu. Ich will Passant. Passant, genau. Passant. Immer raushalten. Ja, bäh. Auf하지. Ich habe immer sich gern gemacht. Herzlich Willkommen. Wenn es weg noch der Heim ist, denn auch du bist als ein Niedertheim. The tyranny, a true mistake, celebrating defeat, of freedom and prosperity. Die Konzerne sind immer so die ersten Reihen und wir haben gerade die ganze Zeit die Konzerne zurückverfolgt. Da sind immer so die ersten Reihen, so ein paar Leute, aber was hier los ist, alter Schwede. So, bist du tatsächlich Dr. Allwissend oder nur ein Schauspieler, den Dr. Allwissend engagiert hat, um ihn auf der Videosee zu vertreten? Also ich bin nur der Schauspieler, tut mir leid. Aber ich darf für ihn unterschreiben. Aber da bin ich jetzt traurig. Der Dr. Allwissend, der lebt ja sehr zurückgezogen. Ja, ja. So, ich stehe neben Lord Amaddon. Hi Lord Amaddon. Das muss er sagen. Ruhe, danke. Hallo, ich stehe neben Ai Lali. Hallo, ich stehe neben... General Cross. General Cross. General Cross. General Cross. Hallöchen, ich bin der Saratza und ihr seid auf dem Kanal von General Cross und ich soll viele Grüße an den Johannes ausrichten. Mach's gut, schade, dass du nicht da bist und vielleicht sehen wir uns wieder nächstes Jahr oder so. Bis dahin. So, genau. Und vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Ähm, wenn euch so das mit dem Videos machen gefällt, dann gebt einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es doof findet und, ähm, ja, euch das nicht gefällt, so, dann gebt einen Daumen nach unten. Und wenn ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, schreibt es in die Kommentare. Ähm, ich, äh, werde, ähm, dieses Jahr auch wieder zu Gamescom gehen. Falls mich dort jemand treffen möchte, also zu Day of the Gamescom oder Videoday, jemand von meinen Abonnenten oder so, ist mir das recht, so, ihr könnt mich da treffen. Es werden da, ihr bei mir habt ihr Glück, da werden keine Riesenschlangen stehen wie bei einem Aiblali oder, äh, einer Waititi, einer Waititi-Gruppe, ähm, sondern mich habt ihr dann ganz für euch alleine. Nein, aber Spaß beiseite. Nochmal vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal.